Hallo zusammen, mein Name ist Nils, ich bin Polymech im zweiten Lehrjahr und ich würde euch gerne mal auf einen Arbeitsalltag von mir mitnehmen. Kommen wir mit! Gestartet habe ich meine Lehre mit einer 6-monatigen Grundausbildung in einem Ausbildungszentrum, nämlich im AZO. Im AZO konnte ich die wichtigsten Grundlagen und Fachbegriffe erlernen. In der WK kann ich die Fertigkeiten verbessern und Neues dazu erlernen. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören Buren, Fräsen und Drehen. Diese Tätigkeiten können automatisiert oder von Hand ausgeführt werden. In unserem Beruf ist es besonders wichtig, dass wir genau arbeiten, da sich unsere Toleranzen im Mikrometerbereich befinden. Im Verlauf meiner Ausbildung besuche ich diverse Abteilungen, wie zum Beispiel Konstruktion, Schweisserei und Montage. So lerne ich die Zusammenhänge besser verstehen und ebenfalls, wie wichtig die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen ist. An der WK gefällt mir besonders, der Umgang unter den Mitarbeitern und dass man jederzeit Unterstützung bekommt, bei Fragen oder Problemen. Ebenfalls haben wir alle zwei Jahre ein Lehrungsprojekt und der abwechslungsreiche Lehrverlauf gefällt mir auch sehr. So, ich hoffe, ich habe euch meine Lehre als Polymech bei der WK ein bisschen näher bringen können. Wenn euch der Brust gefallen hat, bewerbt euch doch gerne über Justi. Wir würden uns freuen.